ja hallo und herzlich willkommen eine Unidad-Patrouille nähert sich hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play nur ich will schon wieder Borderlands sagen nein wir sind bei Ghost Raccoon und wir müssen noch mal das Gebiet verlassen und dann wieder zurück und weiter das Volk von Bolivien von Santa Blancas Tyrannei befreien? ich hab noch ein bisschen Blei übrig nicht jetzt, ich habe ein seltsames Gefühl was Bowman und den Ingenieur betrifft gehen wir dann werden wir mal schauen was Bowman mit den Ingenieur vorhat und hat die DNA jetzt eigentlich angerufen und dann geht und und aber also wieso geht er ja ich weiß und jetzt geht er da rum natürlich geht er da hoch die Musik ist cool die 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 Das ist gerade sehr unpraktisch. Ich bin dabei, Cariño. Ich bin frei. Ich bin frei. Das, das, das waren die... Egal. Jemand bringt mich bald zum Flughafen und dann bin ich hier ja weg. Sag den Niños, dass es Papa gut geht. Wir sind bald in Aurora. Bist du sicher? Eine Insel in der Mitte von nirgendwo? Nach all dem, was du erlebt hast? Bist du sicher, dass du auf einer Insel leben möchtest, wie deinem Boss gehört? Ach, klaro, que si, Cariño. J-Scale und Skeletech haben an alles gedacht. Das wird perfekt. Du wirst sehen. Ich muss los. Ich ruf dich sobald wie möglich an. Te amo, mi amor. Seit wann gehört Aurora J-Scale? Hörst du nie Nachrichten? Moment, er macht noch einen Anruf. Leute. Äh, Scale-Technologie hat kürzlich alle Angestellten eingeladen, um auf Aurora zu leben und zu arbeiten. Hierbei handelt es sich um J-Scales, äh, Privatinsel im Pazifik. Okay, und da spielt... Ja, okay. Jetzt ist es offensichtlich. Und da spielt, äh, Breakpoint. Daniel hat, äh, offensichtlich vor, eine Familie hier unterzubringen. Äh, seine Familie. Ups, Entschuldigung. Ja. Ich bin's. Ich bin im Safehouse. Wir müssen uns sehen. Sofort. Ich gehe an den Ort. Eine Fachung. Ich schicke die Koordinaten. Gehen Sie schnell dahin, ohne dass Ihnen jemand folgt. Er hat mit Bowman gesprochen. Was will die CIA mit Skilltech in Bolivien? Keine Ahnung, aber wir sollten es rausfinden. Das ist eine Nummer zu groß für uns, Nomad. Ich weiß. Aber wir können das nicht auf sich beruhen lassen. Walker, hier ist Nomad. Wir haben ein Gespräch zwischen Bowman und dem Ingenieur belauscht. Sie treffen sich auf einem Gehöft. Alleine. Ohne Security. Ich hab dich vor ihr gewarnt. Ich bin noch nicht überzeugt. Ich will erst wissen, worum es bei dem Treffen geht. Warte, ich will dir noch was zeigen. Hier sind die Koordinaten von einem Flugplatz, wo wir uns treffen können. Na schön. Äh, ja. Jetzt kommen auch noch und dat. Ich will doch nur zum Ausrufezeichen. Äh. Wo ist jetzt das Ausrufezeichen hin? Hat er den überfahren oder was? Ne, dann wäre ja hier die Lache. Hä? Na gut. Ähm. Okay. Okay, und wo ist jetzt der Flughafenplatz? Äh. Wo ist der Flughafen? Warte mal. Ähm. Ähm. Ne, das geht nicht. Gut. Äh. Ja, keine Ahnung, wo der Flughafenplatz ist. Spezialeinsatz. Zanderplage. Ach so, da. Hm. Or Classwork. Orakel, Black Up. Abgeschlossen, neue Operation Misstrauen zugeteilt. Wir konnten den Ausbilder des Kartells identifizieren. Wir konnten den Ausbilder des Kartells identifizieren. Ein ehemaliger Army Ranger namens Karl Bukat. Der Kerl ist leider ein böser Bube geworden, als er beim Kartell angefangen hat. Ein böser Bube. Jetzt müssen wir ihn eliminieren. Ein böser Bube. So, äh, wo ist der Helikopter da? Ganz hinten. Gut, dann gehen wir mal aus rum. Ein böser Bube. Süß. So. Dann, auf dem Weg dahin, werden wir natürlich die sämtlichen Waffenkisten aufsammeln. Also eine Waffe... Hey, alles grün. Hm, es ist Winter, also würde ich sagen, alles weiß. Oh, ich bin so lustig. So. Ich glaube, der sieht uns, wenn wir da einsteigen, aber ich, äh, schau mal. Alter, wie viele Helikopter die haben, das ist ja krass. Ich fliege. Ja, okay, das checken wir nicht. Ah, doch, das checken wir nicht. Ist mir egal. Gut. Also. Okay, wir können. Jo. Ich weiß. Hui. Hui. Äh, 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 das ist echt lustig, äh. Die ganzen Helikopter. Meine Güte. Und da schon wieder irgendwas gesprengt. Ja, ist gut. So, warte. Äh, wir fliegen zuerst nach da, dann nach da. Da bekommen wir eine neue, ja, mal schauen, ob das, äh, die, äh, meine neue Hauptwaffe wird. Oder sekundäre Hauptwaffe ist ja mein Sniper. Huahaha. Genau. So, da sind, glaube ich, nicht so viele. Ja, und da ist der Konvoi. Super. So, wo seid ihr denn? Da ist einer. Da ist einer. Und da ist einer. Süß. Gut. Sniper. Hachi. Hachi. Und Hachi. Easy. Alles gut, alles sauber. Hm, ja. Willst du den Haupt nach Informationen absuchen? Hä? Also ja, kann ich schon machen. Hier ist eine Waffenkiste. Nach Informationen absuchen. Wollte ich schon immer haben. Maschinengewehrmündung. Aber wieso hat er das gesagt? Wieso hat er gesagt, dass wir hier das nach, ähm... Wir lassen die Rebellen wissen, wo man den Nachschub findet. Sie können uns später danken. Äh, also nach Informationen untersuchen sollen. Vielleicht zeigt er das immer auch, äh... Also egal, ob da jetzt, äh, eine Information steht oder eben eine Waffenkiste oder so. Erreichen Sie die verlassene Silbermündung. So. Gut, dann gehen wir hier hin. Ich markiere mal die, die Waffe. Ist da im Haus, okay. Alles klar. Entschuldigung. Ich lande mal hier drauf. Damit wir schön den High Ground haben. Aber da, da sind viele Einzelne, ne? Aber ich glaube, das wird relativ easy. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da ist ein Tango inmitten von Zivilisten. Hm. Wie wissen wir hier? Wahrscheinlich in dem Haus. Das ist immer unpraktisch. Die sind alle in den Häusern. Oder wie, oder was? Ne. Oder doch. Hä? Wo bist du? Hallo? Äh, denn das sind alles Zivilisten. Hm. Hm, komisch. Ich dachte, der steht da und hat die Hände hoch. Aber ja, ich werde mal hier keinen töten. Weil wir kommen ja da ziemlich easy ran. Ja, wer baut denn außen eine Treppe? Kartellorden. Den wird ein Sicario vermissen. Von der Kartellorden. So, da drin ist die. So, mal schauen, ob wir jemanden töten müssen. Aber ich glaube nicht, weil die sind alle in Häusern drinne. Innen drinne. Seht mal da, Waffenkiste. Ah, cool. Was für eine Überraschung. Oh, das ist aber echt eine Waffenkiste. Oh, kann ich gebrauchen. So, dann werde ich mal schauen. Präzision ist ein bisschen weniger. Schaden ist gleich. Aber den können wir hier auftunen. Zieloptik. Ich, ich, ja, ich weiß nicht. Ich mach mal die da. Das ist ja eigentlich egal, weil ich das danach eh vollautomatisch. Magazin, Standard, Groß. Das kommt dann später. Unterlauf. Handbarkeit. Mach ich maximal. Oder Granatwerfer. Gratatwerfer ist natürlich auch. Okay. Falls ich mal ein bisschen ein bisschen was brauche. Also, ein bisschen was Größeres. So. Halt, der ist jetzt fett, ne? Das ist jetzt ein fetter. Bisschen mehr Schaden habe ich jetzt, glaube ich, schon. Ah, um Unterlauf zu justieren. Okay. Alles klar. Aber das, das werden wir hier mal nicht machen. So. Und tschüssi. So, dann nehmen wir mal den, oder? Dann müssen wir nicht hochklettern. Und der hat Raketen. So. Dann holen wir uns den mal. Also, ja. Wir können ja. Wir konnten den Ausbilder des Kartells identifizieren. Ein ehemaliger Army Ranger namens Carl Bukhardt. Der Kerl ist leider ein böser Bube geworden, als er das Kartell angefangen hat. Jetzt müssen wir ihn eliminieren. Ja. Nice. Gut. Gut. Ich will ja auch mal kurz das ausprobieren mit, ähm, mit... Uiuiuiuiuiuiuiui. Da sind jetzt auch viele. Ähm. Aber wahrscheinlich unterirdisch. Ich will das mal ausprobieren mit dem Granatwerfer. Warte, V. Geht ziemlich gut. Okay. So, ja, ein bisschen verdächtig war das schon, aber ist in Ordnung. So, mal schauen, ob da überhaupt jemand ist. Ja, da ist jemand. Da wäre auch ein guter Platz für den Sniper gewesen. Ah, wieso der Sniper da ist, checke ich nicht. Hier oben wäre eine viel bessere, ein viel besserer Platz. Ich glaube, jetzt haben wir die denn hier draußen. Äh, nee, nee, Entschuldigung. Sie. So. Geh in Position. Lass mich in Position gehen. Oh, den sind sie markiert. Hab das Ziel. Sekunde, geh in Position. Mein Ziel ist weg. Roger, Ziel erfasst. Dann erschieße ich den. Such eine bessere Schusslinie. Gib Zeichen. Aber, äh, den, den sehe ich doch nicht. Den sehe ich doch nicht. Wieso hat er eigentlich angezeigt, dass ich den sehe? Wir nähern uns Buckharts letzter Position. Wollen wir das echt tun, Boss? Einen von uns töten? Buckhart war nicht mehr unser Bruder, als er sich entschloss, zum Kartell zu wechseln. Wenn ihr ihn seht, knallt ihr ihn ab. Ohne zu zögern. Bereit? Drei, zwei, eins. Go. Tango getötet. Oh, der hat es eh nicht. Okay, nichts passiert. Okay. 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 Sehr schön. Dann holen wir uns kurz die zwei Sachen. Und dann geht's da rein. Oder die drei Sachen. Da im Haus ist auch noch was. Alles gut. Ja, das ist gut. Oder wir gehen erst nächstes Mal da rein. Weil wir sind, äh, wieder bei, äh, bei 20 Minuten. Und wenn wir da jetzt reingehen, äh, werde ich, äh, so wie ich mich kenne, äh, wieder, keine Ahnung, 40 Minuten spielen. Gut, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye, bye. Bis zum nächsten Mal.